...signal auf der GPS-Begrenz zum Zeitpunkt des Anwuchs. Vielleicht hat das die Position... ...ich vermisse eine römische Freikate... ...das ist mir durchaus klar... ...dann die dritten Weltkrieg verhindert... ...und ich glaube nicht, dass wir... ...dann der Hilfreich... ...wohle gemacht haben, dieses mysteriöse GPS-Signal... ...dach die Ermittlung... ...bei alle Respekt... ...ich glaube ich... ...dann das ist unmöglich... ...aber dafür muss ich nicht dauernd... ...und ich glaube nicht... 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 Ja, ich würde ja dafür noch zwei, zwei, drei... ...und wir schießen sie, Leute, an! Die ihm nachhatten, dass er lautet und wird gleich hier auf. Aber das hat also immer den Kopf über Computern gelegt.